Dentale Fertigkeiten können aus Restaurationen echte Kunstwerke erschaffen. Kunstwerke entstehen am einfachsten mit einem hochästhetischen High-End-Komposit für höchste Anforderungen. Diese Anforderungen erfüllt unser Universal-Komposit Estelite Asteria. Die unkomplizierte Anwendung und der hohe natürliche Glanz ermöglichen eine ideale Restauration in kürzester Zeit. Während konventionelle Komposite viele Schichten zur Wiederherstellung benötigen, sind bei der Anwendung von Estelite Asteria nur zwei Farbschichten nötig. Body und Schmelz. Die vereinfachte Schichttechnik ermöglicht ohne großen Aufwand hochästhetische Resultate und optimalen Glanz. Das Ergebnis ist von einer echten Zahnsubstanz nicht zu unterscheiden. Die Restaurationen sind nahezu perfekt. Ein verstärkter Chamäleon-Effekt ermöglicht die Vereinfachung der herkömmlichen Schichttechnik. So entstehen nahtlose Übergänge und unsichtbare Ränder. Die erhöhte Opazität der Bodyfarben und die perfekt darauf abgestimmte Transluzenz der Schmelzfarben bieten eine optimale Balance. Einfach und hochästhetisch müssen sich nicht ausschließen. Astelite Asteria – der einfachste Weg zur perfekten Ästhetik. Lernen Sie Astelite Asteria unverbindlich kennen und überzeugen Sie sich auf unserer Website tokoyama-dental.de www.tokoyama-dental.de 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 www.tokoyama-dental.de